Ja, Traction-Goal von Schwarze, uuuuuh, das sieht alles aus hier. Alle mit Messer schließen die Zähne, alle wollen hier jetzt über die erste Runde. Wer ist erst da vorne einfach so wöchtern? Ein René vielleicht? Kann das sein, dass das ein René ist? Nein, das ist René. René rockt das Ding. Traction-Roll von Erik. Traction-Goal ist jetzt auf die zwei vorgefahren. Da findet der Tom McGee und die haben sie lieb, die beide. Halleluja, Mensch. Ich will gewinnen, die Kippenbärchen. So muss es sein, ja. Aber Henre, Tull, der ist, fährt einfach so treibende Ding. So soll es sein. Henre wird zu seinen persönlich schnellste Runde 22-7. Alle beim Drückenfahren, zwei Sekunden langsamer die Runde. Ach ja. Kevin hat jetzt die Linie freier Fahrt gekriegt. 20-0. Und er ist auf den Vormarsch. Schreiber bringt sein Auto. Wir haben das ja damals gesehen, dass hier der Kevin ein bisschen Pech hat mit Halbbarkeit in seinem Auto. So, jetzt werden wir das sehen. Aber da kommen wir riesen Schritten hier hin. Und Auto. Aha. Kevin, du kannst auch nicht einfach nur so reinfahren. Das geht nicht. Kevin ein lange Führen noch. Und dahinter ist Kevin. 20 Sekunden noch. 3 Minuten noch. Noch 3 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten. Ja, sauber. Da hat er hier. Jetzt muss Kevin dafür sorgen, dass er aufzuhalten kann. Da bin ich mal gespannt. Den Denk für Cash. Nicht eine Runde gehalten. Jetzt muss er noch 3 Minuten vorne alleine rumfahren. Oh oh. mal auf. ner Tor. Da fängt er Bynke Moment an. el Video rein. Ja, das possiamo alles machen. hacer, jetzt exit 6. Jetzt brauchen wir unos dieun. Ja. Doch, zwei Minuten, Kelly, du hast noch nicht gewonnen, das Auto muss ja heile über die Schleife kommen, in zwei Minuten. Das Ding muss noch halten. Ja, Kelly, jetzt noch ein bisschen zu verkehren, du bist nicht die beiden dein Treffen, auch keine Holzbalken. Ja, zwölf Sekunden Vorsprung hast du, du kannst so ein bisschen Atmen haben zumal, Kelly. Nicht Luft anhalten, eigentlich für blau, weißt du? Uuuuh, ein paar kalten Jungen, die wird noch. Noch wird er. Aber, wir sind noch nicht fertig, eine lange Minute muss er doch irgendwie hochrollen hier. Tommy Lee, das weiße Fahrzeug, ist eine halbe Runde zurück, aber nur eine halbe. Das heißt, Tommy Lee kann jetzt nicht mal ausfahren, er wird verlieren. Der muss noch fahren. 14 Sekunden muss er noch, das heißt, er muss noch zwei Runden fahren. Und sie müssen sie gehen, dass er dann in die Runde rollt, weil Johnny ist noch zweiter. Komm, jetzt in den Essens rein, hier, Ausgang hier, auf den langen Rad, das weiße Fahrzeug, 2.10. Ja, klar, und er kommt leider, da fällt er gerade rein. Ja. Aber er hat gehalten, Kevin, 13 Runden, Tommy 12, 10 Sekunden. Tommy, du siehst böse aus für dich jetzt. Das sieht echt übel aus, Kevin hat das Ding hier gemocht, weil jetzt ist Time abgelaufen. Tommy ist fertig. Das heißt, Kevin muss jetzt nur über die Schleife fahren. Und dann hat er die zweite Mal eine Finale hier gemacht. Erich Schwarte ist der letzte, wenn er über die Ziemschleife muss. Und dann sind alle durch. Renni kommt drüber und eben, wir haben meine Liebes. Kevin, du gewinnst das Ding. Ja. Kevin, du bist. Kevin. Ja. 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 Ja.